Der Mantel der Farben Der Mantel der heutigen Geschichte Es schien eigentlich gar kein besonderer Tag zu sein, als ich am Morgen aufwachte. Aber wie so viele Tage, denen man nicht anmerkte, dass sie etwas ganz Besonderes enthielten, entfaltete auch dieser seine Wirkung erst, als er sich schon dem Ende zuneigte. Ich hatte schulfrei und auch sonst standen keine besonderen Termine auf dem Programm. Aber meine Eltern waren verreist und ich war sozusagen der Herr des Hauses. Also machte ich mir einen Tee zum Frühstück und überlegte, was ich denn heute unternehmen könne. Nachdem ich gestern schon bis spät in die Nacht oder was schon morgen auf meine Spielkonsole eingehämmert hatte, beschloss ich, heute mal etwas anderes zu machen. Vielleicht in die Stadt spazieren und ein Eis essen gehen. Das wäre doch was. Gesagt, getan. Kurz nach meiner Morgentoilette war ich schon auf dem Weg in die Stadt. Irgendwie schien die Sonne heute besonders hell und ich genoss die warmen Strahlen. Da bemerkte ich eine Gestalt neben mir. Sie wirkte sehr traurig auf mich. Eine Zeit lang gingen wir auf gleicher Höhe, doch die Gestalt schien keine Notiz von mir zu nehmen. Ich erhöhte mein Tempo ein bisschen und auch die Gestalt ging etwas schneller. Seltsam, dachte ich so bei mir. Nachdem das Wesen eigentlich freundlich wirkte und ein nettes Gesicht hatte, auch wenn es traurig wirkte, beschloss ich, meinen Weggefährten anzusprechen. Hallo Sie! Sie scheinen mir etwas niedergeschlagen. Darf ich erfahren, was Sie so bedrückt? Natürlich will ich mich nicht in Ihre Geschäfte einmischen. Ich dachte nur bei mir, ich solle Sie fragen. Verwundert hob die Gestalt den Kopf. Oh! Ich habe nicht damit gerechnet, dass Sie auf mich aufmerksam werden würden. Denn für menschliche Augen bin ich kaum zu erspähen, mein junger Freund. Wollen Sie wirklich wissen, was mein Herz betrübt und meine Augen weinen lässt? Es ist nämlich eine wahrhaft traurige Angelegenheit und ich will sie nicht unnötig damit belasten. Das machte mich natürlich neugierig und ich antwortete Ich danke Ihnen für Ihre Sorge, doch ich hätte Sie nicht gefragt, wenn mich Ihre Geschichte nicht wirklich interessieren würde. Mir schien das Gesicht meines Gegenübers hält es sich für den Hauch eines Augenblicks auf. Nun denn, ich will meine guten Manieren nicht vergessen und mich zuerst einmal vorstellen. Ich bin Weber und Schneider von Beruf und ich fertige feine Gewänder für die Menschen an. Oh! Sehr erfreut, Herr Schneider. Ich bin ein Schüler und ich, naja, fertige Hausaufgaben für Lehrer an. Es freut mich, dich kennenzulernen, lieber Schüler. Gleichfalls, Herr Schneider. Wollen Sie mir jetzt Ihre Geschichte erzählen? Aber sehr gerne. Stellen Sie sich vor, Sie hätten jedem Menschen auf der Welt aus den prächtigsten, lichtesten Farben einen Mantel genäht und kein Mensch wisse von seinem Mantel. Das ist doch nicht möglich. Wenn ich ein so meisterhaftes Gewand hätte, wüsste ich bestimmt davon, antwortete ich erstaunt. Aber auch Sie tragen doch einen meiner Mäntel. Jetzt, in diesem Moment. Doch bemerken Sie ihn? Nein. Ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen. Sie waschen ihn nicht und räumen auch nie alte Sachen aus den Taschen. Sehen Sie nur, wie zerbeul die arme Mantel schon an Ihnen hängt. Ich trage im Moment keinen Mantel. Es wäre auch viel zu warm dafür und diese Jacke hat mir meine Mama gekauft. Die kann nicht von Ihnen gewoben werden sein. Mein Weggefährte schüttelte den Kopf. Ich meine doch nicht diese groben Fasern, die Menschenaugen leicht erspähen. Schau doch über deinen Körper und den Stoff, welchen du trägst, hinweg. Was findest du dort? Nur die Luft? Ich kann nicht sehen. Ich weiß wirklich nicht, was sie meinen. Schau genauer hin. Und mit diesen Worten berührte er mich ganz sanft auf meiner Stirn. Mir war kurz etwas schwummerig. Doch dann konnte ich sehen, wovon der Schneider gesprochen hatte. Rings um mich herum erstrahlten die Menschen in herrlichen Farben. Manche waren klarer, manche etwas trüber. Siehst du jetzt, was ich meine? Fragte mich der Schneider. Ja, ich sehe die Mantel, von denen sie erst sprachen. Ich bitte sie um einen Moment Geduld. Nun wollte ich natürlich auch meinen Mantel aus Licht wahrnehmen. Und auch, wenn ich ihn gerade nicht sehen konnte, so begann ich ihn doch um mich herum zu fühlen. Das ist ein ganz eigenartiges Gefühl. Vertraut und doch neu. Bitte erklären Sie mir dieses Phänomen. Der Schneider lächelte mich voller Liebe und Verständnis an. Nun, mein lieber Schüler, diese Mantel sind ein Geschenk von höchster Ebene. Mein Auftrag lautete, fertige er Mantel an, die den Menschenkindern Schutz gewähren, die jedoch auch sanft belehren. Gib diesen Gewändern lichte Farben einem Regenbogen gleich, der alle Pracht in sich vereint. Auf das, während ihrer langen Erdenreise, sie das Licht niemals verlässt. Und sollten sie je vergessen, welch himmlisches Gewand sie haben, so will ich sie daran erinnern. Sie werden fühlen, tief im Herzen, dass sie was vergessen haben, nämlich das Licht, das sie hier tragen. Und so webe ich schon seit vielen Jahren Mantel für die Menschenkinder. Doch plötzlich begann ich zu zweifeln, denn kaum ein Mensch scheint sie zu sehen. So wandere ich durch die Welt der Menschen und versuche zu verstehen, wieso sie der Sonne Farben nicht sehen. Lieber Schneider, mein Herz schlägt wie verrückt vor Freude, seit ich meinen Mantel sehe. Ich bin sehr froh, dass ich dich traf, sonst hätte ich ihn wohl nie gesehen. Sag, wie kann ich ihnen helfen, deinen Kummer dir zu nehmen? Es freut mich sehr, wie du jetzt strahlst, bewusst der Farbe, die ich für dich wob. Allein dies Lächeln ist für mich das schönste Lob. Es erwärmt mein Herz und siehe da, mein Regenbogen leuchtet wieder klar. Oh Menschenkind, ich danke dir, das Licht, es kommt zurück zu mir. Ich will nun wieder weiter weben, denn ich sehe mein Bestreben, wenn auch nicht von allen erkannt, bringt euch Licht in dieses Land. Die Freude des Schneiders wirkte ansteckend auf mich und wir tanzten ausgelassen auf einer Wiese herum. Als wir uns verabschiedeten, sagte mein neuer Freund zu mir, vergiss niemals deinen Mantel, reinige ihn mit dem Licht deiner Gedanken und flicke ihn mit der Kraft deines Herzens. Denn der Stoff, aus dem dieser Mantel gewoben wurde, entzieht sich den Schieren dieser Welt. Lebe wohl, mein lieber Freund. Ich hoffe auf ein Wiedersehen. Ich habe die Begegnung mit diesem Schneider niemals vergessen und auch seinen Mantel halte ich in Ehren. Jeden Morgen reinige ich ihn mit dem Licht meiner Gedanken und flicke ihn mit der Kraft meines Herzens. Denn auf ein so wertvolles Geschenk muss man Acht geben. Ich habe die Begegnung